Havoc, Capcom, Simplygon, Re-Engine zum dritten Mal. Nach den Töchter-DLCs kommt nun der nächste DLC. Ich nehme das übrigens direkt hintereinander auf. Das war auch von Band-Futage. So. Und zwar spielen wir Blackjack. Wir spielen 21. Und ich habe davon auch gelesen, dass es sehr umfangreich sein soll. Und ja. Vielleicht splitte ich das hier auch oder wir ziehen es einfach einmal hintereinander durch. Ich denke, das wird es eher sein. Ich nehme das hier direkt hinter Töchter auf. Davor habe ich noch 3 Final Fantasy 7 Parts aufgenommen. Ja. Egal. Was? Oh Gott, das ist ja wirklich umfangreich. Also wir werden normal spielen. Und dann werden wir einmal überleben vielleicht ausprobieren. Einmal überleben plus. Ich brauche ja auch irgendwie Content für Donnerstage. Die Belohnung für Überleben und Überleben. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Naja. Herzlich willkommen zu eurem Blackjack. Gefangen. Von den Bäckers verfolgt läuft Clancy. Oh Clancy. Durch eine Tür im Hof und stolpert zwischen Staufensterpuppen durch weiß gefärbte Räume. Was für ein... Experiment. Campaign. Made. Ach so. Ja, das ist wirklich Clancy. Ähm. Hallo? Natürlich, Lucas. Hey. 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 Schau mich an. Ja, schau mich an. Geh doch. Also. Ich frage mich. Habt ihr das Zeug dazu? Ihr beiden werdet. Jetzt ein Spielchen spielen. Und derjenige der gewinnt. Kann sogar lebendig hier herauskommen. Also aufgepasst. Denn es geht um Leben. Ohne Tod. Warten wir mal Clancy gesehen, dass er Leben rausgekommen ist. Ja. Gekalken? Aber klar doch. Ich hab ne extra für euch ein Spiel ausgetakt. Oh. Nur das will ihr nicht um Chips spielen. Nö. Oh. Scheiße, Alter. Da. Thor ist dagegen scheiß. Und jetzt? Er hat gesagt, er lässt den Gewinner laufen. Wer bist du? Was denkst du? Glaubst du den Spinner? Und jetzt erkläre ich die Regeln des Spiels. War auch ein Sack auf eigentlich. Ihr habt schon mal Blackjack gespielt, oder? Ja. Ihr zieht einfach Karten und versucht 21 zu erreichen. Jawohl. Überspeigt der Wert 21? Verliert ihr? Warte, warte, das ist verrückt. Also, brecht eure Gebete und lasst die Spiele beginnen. Willst du uns verarschen? Scheiße, Mann. Okay, Clancy, mein Kumpel. Du fängst an. Zieh eine Karte. Oder bleib bei dem, was du hast. Das Ziel ist 21. Du kannst zählen, oder? Ja, grad so. Karte. Wow. Okay, Hoffman. Du als nächstes. Die Karten sind nummeriert von 1 bis 11. Okay, gut. Doppelten und ihr teilt euch den Kartenstapel. Gib mir noch eine. Auf jeden Fall noch einer. Oh, wow, wow, wow. Aber ich hab das Gefühl... Also, ich werd's so machen. Keine Karte. Okay, zeigt her, Leute. Die wir gehen. Das ist... Ähm... Clancy. Clancy? Yeah. Hä? Wieso denn bei 15? Ach so, ja. Gut. Ah! Oh, scheiße. Also, wir werden in der normalen Modus auf YouTube durchspielen. Und wenn der Lab-Hartier durch ist, machen zufüllen. Ähm, auch Twitch. Und wir werden bei ihm und bei ihm bloß durchzocken. Oh, scheiße, Junge. Sechs. Sag mir, was ich getan hab. Ähm, was machst du? Hat der da eine 10? Ich wette ja fast, dass der da eine 10 hat. Er hat gar nicht nur 10 da. Also. 8, 9. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich würd ja machen. Ah. Keine Karte. Frau, nur 5. 5 ist weg. 6 ist weg. 4 ist weg. Ich denke mal, er hat da 10 oder 9. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir eine mittlere Karte kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch da. Macht noch eine. Ja. Ach, Mann, ey. Das ist doch lächerlich. Keine Karte. Das ist mir jetzt zu heikel. Gewinner ist. Was? Oh Gott. Hat ich ein Glück. Warte, dann war das echt heikel gerade. Oh, scheiße. Vielleicht werde ich auch noch auf YouTube streamen, ne? Je nachdem. Oh. Wenn ich jetzt gewinne. Keine Karte. Ne. Das war meine Leiche. Gib mir noch eine. Keine Karte. Keine Karte. Ich glaube, der Gewinner ist... Ich glaube, der wird... Also, wir sollen uns jetzt sicher fühlen. Ah, ah. Oh, scheiße. Jetzt lasst du mich laufen, oder? Ich wünschte, wir hätten auch mehr Spaß gehabt. Ach, das war's schon. Bist du behämmert? Du hast keine Finger mehr. Oh, das ist die richtige Einstellung auf Wren. Tut mir leid, Clancy. Ich schätze, wir spielen noch eine Woche. Oh, bitte. Oh. Was zum... Hey. Hey. Was passiert hier? Wow. Nur ein kleines Extra, das ich für den Anlass gemacht habe. Habt ihr es schon kapiert? Oh, ich werde dir nichts erlassen machen. Oh. Oh, Junge. Was ist denn das? Dieses Schmuckstück ist ein Relikt aus einer Hintenrichtungskammer. Ich hab's wieder in Gang gebracht. Oh, ja. Seht ihr die Anzeigen? Glückwunsch. Die Stromstärke steigt jedes Mal, wenn ihr verliert. Aber was ist der Einsatz, Lucas? Schaut einfach her. Bei maximaler Stärke macht ihr einen Rett auf den Blitz. Befreit mich doch hierbei aus diesem Bärenhaus. Holy shit. Ich glaube, es ist Zeit, mehr Pippen ins Spiel zu bringen. Was? Was ist das denn? Zwei Hörner. Hört ihr... Was? Ach, Aktionskarten. Seht ihr diese neuen Karten? Die sind wir sein lassen. Wenn die Dinge schlecht laufen, könnt ihr sie mit einer davon wieder auf die rechte Bahn lenken. Karte. Aha. Oh. Wow, du Böckspitz, Clancy. Du hast deine Trumpfkarte. Gib mir noch eine. Karte. Oh, scheiße. Keine Karte. Wir können eine Trumpfkarte einsetzen, ne? Ich glaube, das ist zu früh dafür. Komm. Verkacken wir. Keine Karte. Ist jetzt auch egal. Die wir gewinnen. Wie ist... Hoffman. Hoffman. Nein. 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 Da passiert ja nix, also... Ja. Easy. Ach, es geht gar nicht mehr zurück. Ja, logisch. Okay. Gib mir noch eine. Jupp. Wow. Wirst gar nicht. Gib mir noch eine. Ich habe eine Familie. Stür doch einfach, okay? Nee. Ich habe das Gefühl, der gewinnt wieder. Haha, es wird eine 3 ganz gut tun. Was haben wir denn? Naja. Keine Karte. Wir behalten auf jeden Fall. Hätte ich vielleicht erhöhen sollen? Ich glaube, der wird jetzt stärker. Oh, ich hätte erhöhen sollen. Das war unser fisch, das ist ein Schwein, ey. Holy shit. Okay. Ja, logisch. Die werde ich auch nochmal nehmen. Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mal elf ziehe, ist dann doch relativ gering. Karte. Karte. Gib mir noch eine. Ich behalte erst mal. Karte. Karte. Wow. Hat der 21? Dann müsste der eine elf haben, ne? Keine Karte. Wow. Wart mal. Ja, ich kann nichts machen. Keine Karte. Scheiße. Safe air. Er hat 21. Ja. Fuck. Hilf mir jemand. Scheiße. Mach einer und wir sind tot. Der nächste Tag lässt euch platzen wie ein Frosch auf der Herdplatte. Boah. Ja. Denk nach. Denk nach. Du musst hier über gar nichts nachdenken. Karte. Gib mir noch eine. Hä? Ja. Ja. Er hätte gerne fünf Besucher, aber das ging ja nicht. Ähm. Wir müssen jetzt einsetzen, sonst sind wir tot. Keine Karte. Sechs hat er. Fuck. Der ist safe drüber. Der ist safe drüber. Warte. Was muss er denn haben? Eine fünf hat er nicht? Also alles über eine fünf. Der hat noch drei ist es auch nicht. Eins ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine zwei hat, ist relativ gering. Soll ich es so lassen? Ja. Sonst sind nur noch hohe Karten im Spiel. Der ist safe drüber. Das garantiert drüber. Ja. 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 Boah. 27. Holy shit. Ja. Boah. Die Antilacke ist verkürzt. Oh, da freue ich mich aber, dass du überlegst, um Stream zu zacken. Jetzt geht's um die Brust. Was war das für eine Karte? Na gut. Karte. Ich brauche eine Acht. Kleine Karte. Hat er etwa schon wieder eine Elf? Karte. Karte. Fuck. Kleine Karte. Wir haben so viele Trumpfkarten. Karte. Jetzt können wir ja vielleicht... Drei Karte. Warte. Eins, zwei. Und zehn, zwanzig, eins, zwanzig. Nee, wir brauchen nur drei. Vier legt er sowieso schon. Keine Karte. Wir müssen... Karte herzeigen! ...hoffen, hoffen, dass er keine Elf hat. Es ist ein... Unentschieden! Ein Unentschieden? Damit habt ihr wohl beide verloren! Scheiße! Warte doch! Warte, Sekunde! Nein! Ja, scheiße! Den Überlebensmodus werden wir auf jeden Fall im Stream zocken. Da freue ich mich. Ich war es doch noch nicht auf Twitch oder auf YouTube. Na ja. Von mir ist 18. Uh! Was haben wir denn für Trumpf, Dinger? Ich kann ihn entfernen. Dann würde ich's... Wenn er leider keine Karte gesagt hat, der... Karte! Ach, scheiße! Keine Karte. Keine Karte. Ja, Mann, ey. Das ist doch lächerlich. Hoffman! Ach, der hatte 16. Willst du mich verarschen? Ja, ja. Das geht noch. Aber das Spiel macht ultra Bock. Hier war ein Online-Modus auch sehr cool, glaube ich. Haben wir die 5 noch? Ah, der hatte 5. Warte. Da hat er 22, oder? Ja. Ja, dann hat er 22. Keine Karte. Bitte nicht entfernen. Danke. Ja, es kam Tier 22. Jawoll. Das ist dann mal wohl Taktik. Gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Oh, Mann. Wenn das Spiel mich nicht zwingen würde, würde ich den Leben lassen. Sagst du, wie es sie ist? Karte. Oh, du kriegst willst, Clancy. Du hast eine Topfkarte. Danke, danke. Oh. Gib mir noch eine. Keine Karte. Das ist der beste Wert, den wir je hatten. Gib mir noch eine. Jetzt ist er garantiert drüber. Ja. Obwohl. Nein, muss nicht sein. Keine Karte. Oh. Wird gerne den Ansatz erhöhen, aber das geht nicht. Der Gewinner ist. Bup. Clancy. Das ist jetzt aber heikel. Okay. Wir müssen da sieben ziehen. Haben wir da für eine Karte? Ja. Karte. Ha. Jetzt sind wir noch sechs. Kleine Karte. Keine Karte. Keine Karte. Gut. Ich dachte, es ist sehr offen. Keine Karte. Und wir haben gewonnen. Boom. Sehr geiler DLC. Sehr. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Anscheinend hat auch wenn sich gerade einen Toastpreis erspielt. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Hörst du mich nicht. Hörst du mich nicht. Hörst du mich nicht. Oh, ist immer so leid. Boah, der Karte. Sehr, sehr gerne DLC. Sehr, sehr geil. Er ist tot. Er ist mausertot, okay? Sag mir, dass es vorbei ist. Wann auf jeden Fall überleben durchsuchten. Okay, Clancy. Du hast offen und ehrlich gewonnen. Schätze, ich werde dich... Huh? Was sagt man dazu? Sieh dir Hoffmann an. Was? Was ist denn mit dem? Alter, das ist mir ein Psycho. Hast du das gehört? Hoffmann, du hartnäckiger Mistkerl. Wie der Mann gesagt hat, wir müssen noch eine Runde spielen. Verdammt, was ist los mit dir? Du hast gesagt, du lässt mich gehen. Hey, du kranke Schwein, sprich mit mir. Oh, was denn jetzt noch? Ich habe einen alten Freund mitgebracht für unser großes Finale. Hier ist Mr. Saul. Holy shit, was? Die Augen in die Entfernung zu Hoffmann. Oh, Clancy, das ist die Entfernung zu dir. Oh, ho, ho, ho. Preis bei Null, so wie am Ende. Und das ist die Entfernung, wie er spielt. Ah, okay. Stell es dir einfach als Massage vor, wie Akkupressur. Aber du solltest die genießen, denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Lucas kontrolliert jetzt das... Jetzt bist du der... Genießt du das, du scheiß Kerl? Lukas kontrolliert jetzt aber das Spiel. Das heißt... Das heißt, es wird jetzt immer schwer. Wow, nein. Gib mir noch einen. Ich würde sagen, dann bleiben wir einfach so. Was? Legt die letzte aufgedeckte Karte, die er gegen eine gezogen hat, zurück in den Stapel. Was? Karte, Karte! Karte, Karte! Karte! Da willst du mich verarschen, oder? Keine Karte! 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 1, 2, 3, 5 und möglicherweise auch 4 sind weg. 6 ist nicht da, das... Es ist mir zu heiß. Ich habe die Hoffnung, dass er drüber ist. Keine Karte! Dass er da... Dass... Dass er da noch auffliegen hat. Na, scheiße. Scheiße! Fuck. Oder wenn wir jetzt den Ansatz erhöhen, haben wir... Liebe deinen Gegner, lässt dir den Gegner die bestmögliche Karte... Was? Ist das krank, ey. Gib mir noch eine. Gib mir noch eine. Was ist, wenn wir das jetzt setzen? Hä? Hey! Was zur Hölle? Der kann niemals 2. Gut. Der wird dann niemals wegkommen. Der kann zwar die Karte... Ja. Clancy! Oh, Mist! Oh, Mist! Ich habe verloren! Hohohoho! Dein Leben ist sowieso kacke! Der kann meine Frau und meinen Vater! Oh, Gott, Luke! Du Garde! Auf jeden Fall! Oh la la. Wird ja fast den Einsatz erhöhen. Das geht aber gar nicht. Clancy. Ja, das solltest du, Freundchen. Ja, sehr geiler DLC. Passt absolut gar nichts zu Resident Evil, aber... Okay. Ja, der hat jetzt garantiert da eine 10 liegen. Oh ja, ich glaube, ich werde das hier benutzen. Das hier die bestmögliche Karte aus dem Spiel ziehen. Aus dem Stapel. Verzweiflung, erhört den Einsatz bei der Spieler um 100. Wann die Karte auf dem Tisch ist, der Gegner kann keine Karte... Oh, Gottes Willen. Hey, Junge. Der hat da eine 4. Was? Ach, ich kann allgemein keine... Ach, scheiße. Können wir ja jetzt gar nichts machen. Lukas, dieses Arschloch. Überraschung. Scheiße, warte doch. Warte Sekunde. Nein. Nein. Danke. interesante. Nein. Was hätte man da denn jetzt gegen tun sollen? Jetzt mal ernsthaft. muss ich das jetzt verstehen es war ja unmöglich da jetzt zu gewinnen ich habe einen alten bräuch mitgebracht aber jemals noch fertig hat sie klug ist ein echt schlechter verlierer das ist die entfernung zu dir hier spielt die einfach als massage vor wie akkupressur das heißt im letzten als letztes müssen wir nur mit trump karten spielen natürlich hat er die zehn natürlich hat er die zehn keine karte hoff ich mal wir dürfen uns nicht auf 0 1 runterkommen lassen denke ich jetzt mal das war mit dem dass ich das jetzt noch gewinnen der liebe deinen gegner im letzten opfer ne dann macht er die karte weg hat er da die karte keine karte der gefühl ist auf man scheiße gut ja 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 ich werde das gerne sortieren aber gut keine karte gib mir doch das war doof jetzt hätte ich erhöhen müssen das war doof keine karte aber jetzt können wir erhöhen ich hoffe wir kriegen eine erhöhungskarte dann können wir das nämlich beenden scheiße ich bin hier gerade sehr stark am überlegen ich bin hier aber garantiert 21 karte wer wirft jetzt die karte weg super aber dann sind wir bei 0 1 und gleich ist die hölle los aber wir werden die torte da auch nur gewesen das kriegen wir 1 und 2 er kriegt die clowns karte und dann ist vorbei ja ja wir müssen die liebe dein gegner karte auf ich glaube ja 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 ich glaube ich werde das hier benutzen ja 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 Das ist doch nicht wahr! Er sucht irgendwie ihn zu ruinieren. Das hier können wir ja nicht machen. Vielleicht fängt er trotzdem aus. Ich weiß ja nicht, was er da drunter hatte. Ich glaub sieben, ne? Vier. Ach mann! Was denn jetzt noch? Aber wir wissen jetzt wie es geht. Liebe dein Gegner, aufbehalten bis zum Ende. Hier ist Mr. Saur. Die Augen mit ihr Entfernung zu hoffen. Und klebt sie. Das ist die Entfernung zu dir. Ja. Und das ist die Entfernung, die ihr spielt. Stell es dir einfach als Massage vor wie Akupressur. Du bist super. Aber du sollst sie genießen. Denn es wird die letzte Massage. Ja, 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 bla bla bla. Boah, schon 38 Minuten. Ist ja auch ein Donnerstagsvideo. Gib mir noch eine. Gib mir noch eine. Jaaa. Keine Karte. Keine Karte. Ich hoffe das passt. Ich bin 18. Ich verstehe, der hat 17. Er garantieren mehr als 18. Oh, der hat sogar 21. Naja, egal. Ist ja sowieso nur eins. Okay. Jaaa. Bis zum Ende. Gib mir noch eine. Alter. Alter, der ist runter. Besser nicht. Dieser Arm. Alter. Keine Karte. Bitte. Oh Mann. Keine Karte. Geh. Wer heraus, wer der glückliche ist. Clancy. Es ist dein. Was? Unentschieden. Ein Unentschieden? Vergesst diese Runde, fangen wir nochmal an. Ich habe Strumpfkarten umsonst ausgegeben. Ach, diese Sprüche. Einfach geil. Was mache ich hier unten? Das wäre etwas, was ich gar nicht in die Versuchung komme. Wow. Nee, das ist zu viel. Gib mir doch heute. Versuche hier mal ein bisschen zu sortieren. Ach, das gibt es doch nicht. Ich hoffe, er ist auch drüber. Was braucht er denn? Nee, der ist nicht drüber. Ach man. Das ist doch lächerlich. Wow. Ähm. Danke. Jetzt muss ich überlegen, ob ich es nochmal mache. Also hat er das gemacht. Er hätte das nicht gemacht, wenn er einen 20 hat. Ich wachs. Ich wachs. Scheiße. Keine Karte. Keine Karte. Keine Karte. Wenn er ist. Hoffman. Hoffman. Ja, Hände so oder so verkackt. Das ist mir doch viel zu nah. Das ist mir doch viel zu nah. Ich kann gar nicht erhöhen. Ich kann gar nicht erhöhen. Ich kann gar nicht erhöhen. Keine Karte. Die Gewinner ist. Und der Elf hat rastig aus. Ja, gut. Ja. Zum Glück wieder in der Mitte. Aber wenn wir jetzt erhöhen. Nein. Schade. Aber er erhöht geahnotiert. Ah, Mann. Wir ziehen auf jeden Fall nochmal. Okay. Sichtbar 24. Oh. Karte. Äh. Doll. Keine Karte. Es sind noch 7 weitere Punkte. Ich kann aber auch einmal zurücklegen. Warte, wie viel? Drei? Ne, beide Karten sind bei mir. Ich zieh nochmal. Wow. Äh, nein. Keine Karte. Ja, sauber. Gib mir doch hin. Er hat ja schon wieder eine 9 gekriegt. Dann lasse ich das mal. Ja. Obwohl, schaden kann es nicht. Keine Karte. Ach, Junge. Leck mich doch. Keine Karte. Keine Karte. Der Gewinner ist... Hoffman. Ach, leck mich doch, ey. Das ist ja wohl sowas von lächerlich. Wer ist mir verarschen. Gib mir doch eine. Gib mir doch eine. Ja. Ja, zum Glück. Oh. Keine Karte. Oh, leck mich. Gib mir doch eine. Karte. Oh. Was war der da? 6, 1 und 9, ne? Ich würde gerne 2 ziehen, aber... Keine Karte. Er gewinnt sowieso wieder mit 23 und dann... Mann. Er hat sogar 24. Och Mann, ey. Das ist doch... Irgendwie wird das nix. Wir sind bei 47 Minuten. Ob wir es wirklich noch hinkriegen? Dass man das auch nicht vorspringen kann. Oh, was denn jetzt noch? Wieso kann man das denn nicht vorspringen? Ich würde das hier gerne vorspringen können. Oh, ja. Jetzt so langsam... Nervt's. Es ist halb 3. Bei mir gerade. Ja, 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 ja. Es wird die letzte Massage sein, die du hier bekommst. Bist du dran? Ja. Natürlich tut er das. Er guckt gerne zu, wie wir verkacken. In allerhöchstem Maße. Der hatte 3. Keine Karte. Ja, und was hieß. Gib mir noch Hülle. Das ist sowieso nur ein Punkt, also. Keine Karte. Der Gewinner ist... Hoffman. Hoffman. Scheiße. Mann, ey. Liebe deinen Gegner. Gib mir noch. Was? Sorry, dass ich seine Rennen die ganze Zeit unterbreche. Wie, du hast deine Plumpfkarte. Gib mir noch eine. Keine Karte. Keine Karte, nein. Willst du mich verarschen? Keine Karte. Karte. Ja, ich kann immer noch nichts machen. Keine Karte. Okay. Zeig her, Leute. Ja, er hat gewonnen. Es ist dein... Oh. Unentschieden. Ein Unentschieden? Vergesst diese Runde. Fangen wir nochmal an. Ob dieses Spiel jemals ein Ende findet, man weiß es nicht. Dein Leben ist sowieso kacke. Danke, meine Frau. Also, macht das an, wenn ihr gerade zur Arbeit fahrt oder... Weiß ich nicht. Kocht. Sertier hier trotzdem mal ein bisschen. So. Wenn er die jetzt entfernt, raste ich aus. Gib mir noch eine. Keine Karte. Ich werde gerne den Ansatz erhöhen. Du verficktes kleines Hurending. Gib mir noch eine. Er kann doch gar keine vier haben. Also, die entfernen haben wir 18. Also, vier kann er da nicht haben. Drei kann er auch nicht haben. Das heißt, er kann nur zwei da haben. 22. Wir müssen höher als 22 oder höher kommen. Wenn wir das hier wegmachen, sind wir bei 18. Wenn wir dann fünf machen, sind wir bei 23. Das machen wir. Ah, nee. Der hat die fünf. Scheiße. Komm, das können wir sowieso nicht mehr gewinnen. Keine Karte. Ach, Mann. Hoffman. Hä? Ach, er war noch weiter drüber. Ach, so. Ziehen wir gleich mal eine fünf. Dann geht's endlich in die letzte Runde und ich glaube, dann haben wir es geschafft. Also, er hat eine fünf liegen. Bitte lass es liegen. Bitte. Bitte. Ich will endlich, dass dieses Spiel endet. Ich werde von diesem Spiel träumen. Unentschieden. Nein. Clancy. Besser so. So. Jetzt geht's in die letzte Runde. Oh nein. Clancy wird mich besiegen. Was kann ich tun? Ich kann das nicht. Leben. Irgendwas muss ich doch tun können. Oh ja. Ich glaube, ich werde das hier benutzen. Das ist mein Ass. Das ist das nicht wahr. Zur Hölle damit. Raffel. Raffel, er kann es nicht zerstören. Ich hoffe, er ist so sehr. Ich habe keine Karte. Ich beende das. Er lebt doch noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Er hat doch noch gelebt. So, jetzt aber. Wir sind jetzt fertig, oder? Ja. Ja. Wir haben noch 5 genug Aufnahmezeit. Wir haben eine 60 Minuten voll. Lässt du mich jetzt gehäbt? Oh, du bist ein kaltherziger Mistkerl. Ich bin so beeindruckt. Du bekommst deine extra Belohnung. Oh. Wir werden noch ein Spiel spielen. Du nicht. Ja, happy birthday. Ist das Leben nicht schön? Nein. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte. Oh Gott, bitte. Der Aufnahmezeit tickte runter. Scheiße. Big Brother Achievement. Geil. Neue Boni-Frage gestaltet. Spielmodus überleben. Den werden wir im Stream, wenn dieser Part hochgeladen wurde. Ich bedanke mich fürs Zusehen für 21. Wir haben Clancy durchgebracht. Nicht gerettet, aber durchgebracht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Entweder im Schlafzimmer oder im Albtraum. Oder in Keinheit. Oder in Zoe's Ender. Oder in irgendeinem anderen Projekt. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ach, nur ein Film natürlich. Jetzt ist aber Schluss. Tschüss.